Oh, jetzt gibt's wieder... Jetzt gibt's wieder beim Pinguin! Mache, du weckst, Pinguin! Bats! K.O. Moin, Leute! Vor ein paar Monaten habe ich ja das ein oder andere Cartoon-Game gespielt und da hatte mir auch jemand Dumb Ways to Die vorgeschlagen und das werde ich heute einfach mal testen. Die meisten von euch kennen das sicherlich vom Handy. Ich habe das selber noch nie so wirklich gespielt. Warte mal, wo kann ich denn jetzt hier überall hin? Dumbest of the dumb? Stay off the tracks. Hold him back? Was muss ich denn jetzt machen? Oh. Safety-Bonus. Drown Town. Shark Jumping. Das hört sich gut an. Play. Avoid. Tap. Achso, ich soll springen. Ha! Das sind eben immer so ganz viele kleinere Minispiele und die werden von Mal zu Mal immer schwieriger und man sammelt Punkte. Da haben wir jetzt so das Stück für bekommen. Tap to walk. Hä? Tilt. Tilt to stay on. Tilt to stay on. Flipper. Flipper hat uns gegessen. Hold and release. Oh, das schaffe ich. Oder auch nicht. Ich bin tot. Play again. Meine Initialen. Äh, pal. Submit. Don't run. Achso. Ja, ich, 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 ich mach nichts. Ja, 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 ja. Ah! Was ist denn jetzt los? Find the treasure. Okay, wir dürfen nicht zu den Minen. Das schaffe ich. Das sieht nach etwas aus, was ich kann. Ui. Sind das 100 Punkte? Der Burger-Schatz. Hi. Ah, wir müssen hier einfach nur ein bisschen malen. Ich hab's doch sauber gemacht. Oh, oh. Ja. Faster. Hä? Swipe. 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 Okay. Okay, ich reite den Delfin. Ich reite den Delfin. Ich reite den Delfin. Ja. Ich hab's geschafft. 300 Punkte. Sprung. Verdammt. Aber es sind diesmal 300 Punkte. Wieso muss ich denn das jetzt nochmal machen? Hi. Alter, jetzt hab ich einen Safety-Bonus von 43 Punkten. Play. Okay, wieder Zähne putzen. Da können wir auch scheinbar nicht viel falsch machen. So. Schön. Schön das Mull. Schön das Mull. Ja, perfekt. 100 Punkte. So, Flipper. Flipper haben wir jetzt drauf. Wir haben Flipper drauf. Ja. 200 Points. Oh, die Minen. Das ist wieder gut. Das haben wir eben schon mal geschafft. Ui. Wow. Das ist aber ein bisschen knapp gerade. Perfekt. Und es gibt wieder Burger. Faster. Das hab ich immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wen ich da steuern soll. Och, nein. Erstes Leben weg. Oh. Warte. Neuer Rekord. 400 Points. Ist wahrscheinlich richtig schlecht. Ja. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Ich hab's zum ersten Mal geschafft. Faster. Tap as fast as you can. Komm, 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 komm. Ihr bekommt mich nicht, ihr Piranhas. Oh, da. Okay. Hä? Ich hab gedrückt. Blöder. Ja, 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 ja. Oh, flibber. Ist das nicht ne Maschine geworden? Faster. Okay. Oh, nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Och, Mann. Extra lieb. So, jetzt haben wir nochmal... Och, nein. Beim extra lieben kommt das Spiel. Ich weiß nicht, was ich mach. Doch. Ach, ich muss die alle immer in die Mitte ziehen. Jetzt hab ich das, glaube ich, wahrscheinlich. Jetzt bin ich aber trotzdem tot. Play again. Zähneputzen, Ast rein. So, komm, das kann ich. Das hab ich doch jetzt genügend gemacht hier. Ast rein, bitte. Ja, 100 Punkte. Und tap. Und tap. Und geschafft. Easy going. Easy going. Jetzt bin ich gleich mal gespannt auf das eine Spiel. Okay. Find the treasure, avoid the mines. Und sonst so, Leute, alles! Ich muss mich konzentrieren. Das kann ich. Zack. Yes. Oh, ganz langsam, ganz langsam runter in den Pool. Faster. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich das, glaube ich. Wartet. So, ich muss die immer rein, rein schieben. Nein, geht doch raus. Geh doch raus. Och, nein. Ey, das ist echt das schwerste Spiel. Das ist easy. Tap as fast as you can. Bisschen tappen, Alter. Die sind viel zu langsam. Och, nein. Wieder das. So, bitte ganz viel. Bitte friss mich nicht, bitte friss mich nicht, bitte friss mich nicht, bitte friss mich nicht. Yes. 700 Punkte. Oh. Oh. Ui, das war gerade extrem knapp, aber trotzdem geschafft. Ist es unser neuer Rekord? 800? Och, nicht nochmal die Minen. Konzentrieren. Sehr gut. Gibt mir die Burger. Gibt mir die Burger. Yes. Das muss unser Rekord sein mit 900. Oh Gott, 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 oh Gott. Yes. 1000 Points. Faster, faster, faster. Man, das kann doch nicht wahr sein. Ich war echt gut. Nee, ich möchte kein extra Leben. Hier, wir fahren mal zu Adrenaland. Das habe ich, glaube ich, schon mal gespielt. Hä? Oh, oh. Äh, tap, 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 tap. Safety Bonus, ich habe es geschafft. Oh, da ist mein Highscore 700. Play. Ah, das ist einfach. Einfach nur da längs und dann gibt es Spiegeleier. Tap to avoid the animals. Elegant. Hallo, Schlangen. Oh, da sind wir bei den kleinen Mäusen. Oh, Balance. Ja, schön balancieren. Ey, wir müssen die 700 knacken. Oh, dann machen wir den Moonwalk. Faster. Komm, 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 komm. Wir haben ihn doch. Jawoll. Oh. Zusammenfügen und überlebt. Everybody goes surfing. Ich verstehe dieses Surfspiel nicht. Das ist immer mein Tod. Oh, type as fast as you can. Komm, 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 komm. Toll. Hallo, du kleines Küken. Yes. Gib wieder schönes Spiegelei. 700. Turn. Und turn. Faster. Balancieren. Oh, nein, da fliegt er. Oh, und da verliert er alles. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und wieder bei den Wühlmäusen. Ja, 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 komm, 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 komm. Grab it. Grab it. Nein. 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 Aber egal. 900 Punkte. Das ist alles, was zählt. Ja, komm, einmal probieren wir es noch. Hold and release to ride the way. Ich hasse dieses Ding. Echt, wenn das jetzt gleich nochmal kommt, dann habe ich immer Insta. Insta-Death. Falls ihr wisst, wie das richtig funktioniert, schreibt mir das mal. So die Balance halten. Zack. Und der Moonwalk. Oh, der Moonwalk. Oh, break. Komm schon. Break it. Break it like Beckham. Bats. Bats. Bitte, bitte, schnapp dir den doch. Wieso schnappt er sich den denn nicht? Mann. Schon zwei Leben weg. Ja, das ist eigentlich relativ easy. Pats. Zack. Und geschafft. Jetzt kommt bestimmt wieder das auf der Welle reiten, ne? Das weiß ich ja. Oh, nee. Ich möchte zum Map. Ja, toll. Kann man da irgendwie Optionen einstellen? Challenges. Ah, hier ist Area 50 Damm. Was sind denn Challenges? Please connect to Facebook. Nee, ich will nicht zu Facebook connecten. Was gibt es bei der Mall? The Mall will open the browser. Nee. Weekly Team Leader Board. Sinking. DVT 1. Ach so, es stimmt. Es gibt da ja irgendwie noch so einen ersten Teil von. Was ist ein Freezer Will? Da werde ich bestimmt direkt wieder sterben. Swipe. 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 Omi. Oh. Oh. Das sieht ja ganz schick aus. Swipe. Wie kann ich denn hier swipen? Hä? Ich habe es geschafft. Don't lick the pole. Just don't. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Hä? Was war das für ein komisches Spiel? Hey, geht weg. Geht weg. Perfekt. Faster. Slip as fast as you can. Bats. Mach das weg. Kommst du Pinguin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Avoid obstacles. Das schaffe ich. Das müsste ich können. Das sieht gut aus. Perfekt. Ui. 500 Points. Tap. Sprung. Jawohl. Das sieht gut aus. Gib mir die Punkte. Bitte. Und jetzt. Oh. Jetzt werden keine Pinguine verhauen. und perfekt. 700 Punkte. Nein, nein. Ich lick es nicht. Ich muss hier doch nichts machen. Ich verstehe dieses eine Spiel nicht. Achso. Zack, zack, zack. Uh. Glück gehabt. Oh. Jetzt gibt es sie wieder. Jetzt gibt es sie wieder beim Pinguin. Mann. Also weg auf Pinguin. Bats. K.O. Oh. Zack, 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 zack. Hey, die wollen nicht weggehen. Die wollen nicht. Oh. Der Yeti war ein bisschen. War ein bisschen mad. Muss er doch gar nicht sein. Yeti, wir können doch auch. Bros. Das war ja mega unfair. Aber 1000 Punkte. Ja, komm. Ein extra Leben. Ich habe 1000 Punkte gemacht. Das schaffe ich. Extra Leben. Komm. Gib uns die Points. Yes. Das muss es doch gewesen sein, oder? Nee, da kommt noch eins. Hi, Pinguine. 1100. Wow. Perfekt. Faster. Nein, ich lick es nicht. Das sind wieder kostenlose Punkte. Und das... Hä? Das verstehe ich wieder nicht. Ich verstehe es einfach nicht, was ich machen... Das kann doch nicht wahr sein. Diese blöde Mine. Leute, das war es mit einer kleinen Runde von Dump Ways to Die. Also, hier wären ja noch so ein paar Sachen offen. Dump Dome, Camp Catastrophe und so ein ganzer Stüssel. Leute, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, ihr vielleicht mehr von dem Kram sehen wollt. Und ansonsten... Also, ich meine, mir hat es eigentlich echt Spaß gemacht. Und da sind ja tatsächlich auch so das ein oder andere ist noch da. Was sind das da oben für Sachen? Shop? Was kann ich mir kaufen? Bonus Tokens? Nee, nee. Ich möchte mir jetzt hier nichts kaufen. Ich möchte, wenn, einfach nur spielen. Leute, das war's. Wie gesagt, lasst eine Bewertung da. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.